so herzlich willkommen zum 41 let's play von rayman legends ja wir sind janni kommen und gehen jetzt zum boss gegner und danach kommt die nächste musikwelt und los geht's das werk eines verrückten ja sehr verrückt ist der ah naja das war nicht so gut so glatt ist es doch eigentlich gar nicht oh na klar jetzt auf immer los das kann ich ja auch nicht sagen ich habe mich irgendwie gesagt und zappler dienen zappler leg fängt er gut an Hab ich ihn runtergeschubst? Tut mir leid. Warum bin ich abgestürzt? Das ist das geile hier bei dem Spiel. Zu zweit ist das richtig geil hier. Fliegen mussten wir hier genau. Also zum Glück muss man das nicht ganz zu viel machen. Autsch. Ah, schade. Daneben. Der war geil gewesen. Ey, was war das eben? Hast du gesehen? Das Ding hat mich voll runtergedrückt. Das Ding hat mich voll runtergedrückt. Das Ding hat mich voll runtergedrückt. Ich dachte, das wäre schon schwierig. Das Ding hat mich überrascht. Schade runter, was war das Ding hat mich voll runtergedrückt. Das Ding hat mich sehr gut in Ordnung. Ich bin der Oh, das war auch fies, wenn man gleichzeitig getroffen wird. Ah! What? Ah! Ah! Boah, das haben sie dir ähnlich gemacht. Man kann gar nicht so hoch springen. Und so da. Wenn er zu lange dauert, müssen wir wieder raus gehen. So, das haben sie zu dämlich gemacht einfach mal. Kriegen endlich mal ein Herz? Nee. Ab irgendeiner bestimmte Trefferzahl gab's ein Herz. Sicher, ich glaube nicht. Aber der 3 haben wir den ja auch geschafft. Da! Dann soll man so hoch springen. Es muss aber irgendwie möglich sein. So, ich habe ihn mit einem Siegelwallen. So, das wäre ja. Und so ist das alles. So, es ist sowas, stattdessen, also zu hoffen. So, das ist nicht so. und feuer jetzt reicht es ich glaube das ist auch der letzte treffer von ihm ist wie noch gut hinbekommen auch wenn sie mich gekostet das leben gekostet hat dafür will ich ihm eine verpassen weil er mich so tot dann hast du dir dann hau du in den hintern breit die lachte der prinzessin ja noch in zum spielen genau viel spaß damit hier ja wer ist bei den griechen ja und links ja das macht euch spaß das macht den kleinen montag in anscheinend spaß die finsteren kleinen linge zu pie sacken verdient haben sie es ja und alle wieder ja aber in den meisten fällen sind sie im wahrsten sinne des wortes auf dem weg ja und wieder alles geschaut da sind sie in den meisten fällen sind sie im wahrsten sinne des wortes ja du weißt schon die dinger sind einfach nur schwer daher machen wir die auch nicht in einem let's play ja erst mal rubbeln kattrisch stimmt's wow bingo oh 10.000 lecker das hat ordentlich geschnurrt bingo kann man das nennen ja ja so da würde ich erstmal sagen dass es für dieses video war und wir sehen uns dann im nächsten in dieser musikwelt und tschüss ciao